Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es mal um diesen wundervollen Gürtel hier gehen, mit zahlreichen Taschen, den ich mir quasi so als Survival-Gürtel zusammengestellt habe. Ganz einfach mit dem Hintergrund. Die Taschen, die ich immer wieder vorstelle oder Rucksäcke, die sind alle toll, die nehmen unheimlich viel Kram auf. Aber das Problem ist halt, wenn man etwas Spezielles braucht, dann sucht man. Man sucht immer wieder, man muss die halbe Tasche ausräumen und selbst wenn man das so ein bisschen organisiert hat, je nachdem was man braucht, sucht man halt ewig. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bestelle mir einfach mal so einen Gürtel hier. Ursprünglich wurde das mit so einem Gürtel hier geliefert, ist natürlich auch okay, hat aber so eine hässliche Schnalle hier, die ich halt überhaupt nicht gefeiert habe. Das Ganze ist per Klettverschluss verstellbar, also auf übertrieben billigste Art und Weise gemacht. Deswegen habe ich mir den Gürtel hier bestellt. Ich zeige euch mal kurz den Verschluss hier. Das heißt, den kann man einmal auf Länge einstellen über diese Klammern hier und dann steckt man den einfach so zusammen und das Ganze hält. Um den zu öffnen, drückt man die beiden Nasen hier wieder rein und dann kann man den wieder öffnen. Finde ich tatsächlich cool, weil es hat den Vorteil, man stellt halt einmal die Länge ein, ähnlich wie bei dem billigen Gürtel und dann kann man den einfach über der Hose, sage ich mal, so zusammen machen und dann hat man den Gürtel angezogen. Man muss also nicht durch irgendwelche Schlaufen durch oder aber man hat nicht wie bei einem klassischen Gürtel das Ende, was dann noch überall reingefriemelt werden muss, sondern einfach Gürtel rausnehmen, fertig. Finde ich total cool. Der Gürtel kostet hier in Deutschland zehn Euro. Ich habe ihn in China Shops für vier Euro gesehen. Müsst ihr selber wissen, wo ihr den bestellt. Ich habe ihn jetzt hier in Deutschland bestellt, weil wegen sechs Euro wollte ich nicht sechs Wochen lang warten. Aber der Gürtel ist natürlich nicht das Hauptaugenmerk, sondern ich habe mir das ganze bestellt, weil bei diesem billigen Gürtel eben diese ganzen Taschen dabei waren und der billige Gürtel hatte um die 20 Euro gekostet. Da muss man natürlich rechnen. Lohnt sich das für die Taschen, diesen billigen Gürtel zu kaufen? Und ich fand ja. Ich habe natürlich sehr viele von diesen Taschen, weil bei den LED-Lensertaschenlampen sind zum Beispiel immer solche Taschen dabei gewesen. Oder auch bei vielen Taschenmessern, die ich gekauft habe, sind solche Nylonholzer dabei. Ist okay. Hätte man auch alles hernehmen können. Aber das muss ich tatsächlich nochmal umdrehen. Hier habe ich den Vorteil, dass halt keine feste Schlaufe verbaut ist, wie das bei den meisten Taschen ist, die ich eben besitze, sondern der Klettverschluss. Ich kann mir also jede einzelne Tasche einzeln abmachen, wenn ich sie denn brauche oder woanders hingehen möchte und ich brauche bloß dieses eine Täschlein hier, dann mache ich mir das mit dem Klettverschluss ab und nehme es mit. Und bei diesen, wo das auf der Rückseite festgenäht ist, müsste ich natürlich alles, was da vorher noch im Weg ist, erstmal vom Gürtel runternehmen. Dann könnte ich mir die Tasche nehmen, den Rest wieder drauf fädeln. Fand ich immer schon dumm. Und ich habe den Vorteil, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt eine Tour, ich habe eigentlich immer noch einen Ledergürtel an. Ich will aber jetzt nicht den ganzen Gürtel mitschleppen. Ich klette mir das hier ab, mache mir das an meinen Ledergürtel dran. Fertig. Was hier noch dabei war, äh, äh, sorry, Moment, stimmt nicht. Dabei waren zum einen diese Taschen hier, die ihr jetzt hier sehen könnt, diese sechs. Das ist natürlich mein Victorinox Venture Pro, das gehörte nicht dazu. Und es war noch ein Pistolenholzer dabei. Brauche ich jetzt persönlich nicht, deswegen habe ich es direkt runtergenommen, aber es wäre dabei, für den Fall, dass jemand dabei ist, der ein günstiges Pistolenholzer sucht, wirklich auf einfachste Art und Weise, ohne Schnallensicherung oder sowas. Das heißt, die Pistole steckt dann locker drin. Finde ich albern. Deswegen habe ich es runtergeschmissen, aber wer es braucht, es wäre dabei. Für mich sind halt die Taschen interessant. Und was ich mir dazu gekauft habe, ebenfalls mit Klettverschluss, sind hier diese Halterungen. Einmal hier mit Karabiner, dann gibt es hier noch welche mit so Ohrringen dran. Und die, hier so ein Flaschenhalter, die haben mich alle zusammen ebenfalls nochmal, ich glaube, 15 Euro gekostet. Da waren aber zig verschiedene dabei. Also hier nochmal mit so einem kleinen Karabiner, wo man halt einen Schlüssel zum Beispiel dran machen könnte. Alle auch mit diesem Vorteil, dass sie halt einen Klettverschluss haben. Das heißt, ich kann sie schnell dran klippen, abmachen. Hier noch einfache D-Schnallen dabei. Und so habe ich mir halt dieses kleine Set hier zusammengestellt. Und wenn man das mal zusammenrechnet, alles zusammen mit den Sonderschnallen, mit dem Extra-Gürtel und den ganzen Taschen, bin ich vielleicht bei 30, 35 Euro. Klingt im ersten Moment viel. Auf der anderen Seite, wenn ich mir eine gute Hüfttasche kaufe, bin ich auch bei ungefähr 40 bis 50 Euro. Je nachdem, wenn die groß ist und von einem Markenhersteller, wie zum Beispiel von, sagen wir mal, Deuter ist, dann kann die auch schon mal schnell 80 Euro kosten. Eine einfache Hüfttasche. Da passt da natürlich wesentlich mehr rein. Aber eben mit dem Nachteil, dass es nicht so schön organisiert ist. Und hier habe ich den Vorteil, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in alle Taschen was reingepackt habe. Natürlich nicht. Aber ihr seht es, manche haben halt einen einfachen Klettverschluss, so wie jetzt diese Tasche hier oben. Manche haben Druckknöpfe und ihr seht es, von der Größe her passen da selbst die großen Victorinox Tools rein. Die Druckknöpfe halten tatsächlich auch gut, dass die nicht von alleine aufgehen. Dann habe ich hier nochmal einen Lenser drin. Das passt auch. Natürlich ist das Ganze kein hochwertiger Kram. Aber wenn ihr mal ganz ehrlich seid, je nachdem, was ihr für Taschenlampen kauft, wo solche Nylonholzer dabei sind oder auch vielleicht Taschenmesser, wo so Nylonholzer dabei ist, in den seltensten Fällen sind die wirklich, wirklich hochwertig verbaut. Klar, wenn ich mir jetzt ein teures Victorinox für 120 Euro kaufe, da ist dann ein Holster dabei, was auch wirklich, wirklich gut ist. In der Regel sogar ein Lederholster. Das habe ich auch sehr oft bei den Leatherman Tools gehabt, dass da ein cooles Holster dabei war. Aber meistens ist es wirklich so, wenn dann so ein Nylonholzer dabei ist, dann ist das der billigste Klump, weil es einfach nur ein Gadget ist, ein Gimmick. Das wird halt nur mit dazu gegeben, damit es noch ein Verkaufsargument mehr gibt, sich dieses billige Messer im Lidl Norma oder sonst wo zu kaufen für 7,99. Wirklich Qualität haben die Taschen da nicht. Und hier ist es auch der Fall. Es reicht, um Sachen transportieren zu können. Von der Größe her passt ordentlich was rein. Hier ist übrigens meine wasserdichte Notfallbox. Die hatte ich in einem der letzten Videos vorgestellt. Da wird bald ein neues Video dazu kommen, denn ich habe noch größere von diesen Dosen gefunden, die ich tatsächlich richtig cool finde. Aber ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, sondern möchte einfach nochmal zeigen, was hier so grob reinpasst. Und dann haben wir die letzte Tasche hier hinten noch. Die ist dann wieder mit Kleppverschluss. Da habe ich mein Rack drin mit ein bisschen Geld. Ein kleines Notfallfeuerzeug. Hier wäre ein Kreditkartenetui, noch etwas Klebeband, ein Maßband. Und das passt halt ganz gut da rein. Und die Tasche geht dann am Ende sogar auch wieder zu. Hier ist natürlich der Vorteil der Kleppverschluss. Dem ist es egal, ob die Tasche jetzt hier oben zugemacht wird, es hält oder ob ich sie eben ganz unten zu machen. Dazu dann halt noch die Karabiner, wie hier bereits erwähnt, beziehungsweise die O-Ringe, wo ich ebenfalls nochmal etwas befestigen könnte. Oder aber auch hier dieser Flaschenhalter, was ich unheimlich praktisch finde. Denn ich könnte mir hier wirklich alles dran packen, was ich so für ein oder zwei Tage vielleicht brauche an Werkzeug. Natürlich könnte ich jetzt hier auch eins rauslassen und dafür dann Notfallnahrung reinpacken oder einfach so ein paar Riegel für unterwegs. Von der Größe her ist der Gürtel auch ausreichend, dass das Victorinox Venture Pro daran passt. Wobei hier könnte sogar der Gürtel noch etwas breiter sein. Der Gürtel ist 40 Millimeter breit. Hier würde also auch zumindest für das Victorinox Venture Pro würde sogar ein 60er Gürtel problemlos gehen. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Einfach nur mal eine Alternative gegenüber den ständigen Taschen, die man dabei hat. Hier kann man sich einmal diesen Gürtel so zusammenpacken, wie man ihn braucht oder mit den Sachen, wo man halt für wichtig hält. Und wenn es darauf ankommt, kann man sich den einfach umschmeißen, zuklippen, fertig. Man hat alles dabei. Ist mal eine etwas andere Tragemöglichkeit als wie immer in der Hüfttasche, wo man halt kramen muss. Denn hier weiß ich zum Beispiel, ah, Doppeltasche. Da sind meine beiden Victorinox Tools drin. Ah, okay, eine etwas breitere Tasche. Hier ist dieser wasserdichte Behälter drin. Oder eine breite Klettverschlusstasche. Da sind meine kleineren Tools drin. Und so kann man sich das etwas besser merken bzw. etwas besser organisieren. Und ja, finde ich tatsächlich auch keine schlechte Idee. Ich persönlich würde mir an dem Rucksack jetzt nicht ganz so viel Klimbim dran packen. Das war jetzt natürlich nur fürs Video. Ich weiß aber, dass es da draußen Menschen gibt, die mögen es, wenn da 100.000 Sachen dran sind. Auch wenn der Gürtel dann 25 Kilo wiegt. Ich persönlich würde vielleicht zwei, drei Taschen dran packen. Ja, wahrscheinlich diese Doppeltasche, wo die beiden Victorinox Tools dann sind. Und vielleicht noch die Taschenlampe dazu. Das würde mir persönlich schon reichen. Eventuell dazu noch eine kleine Tasche, wo ich mein Portemonnaie oder meine Kreditkarten unterbringen kann. Und ich wäre voll da. Den Gürtel selber, den feiere ich wirklich komplett. Für das Geld, also für 10 Euro, finde ich den richtig cool. Der hält auch was aus, weil es Nylon ist. Natürlich ist ein Ledergürtel schöner. Aber auch der Gürtel erfüllt absolut seinen Zweck. So, und das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert mal, was ihr zu dem Gürtel sagt. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.